Hey, hör mal! Führerschein im Lotto gewonnen, oder was? Hi, mein Großer! Na, wie war dein Training? Ist das Essen schon fertig? Hm, halbe Stunde? Ach, mein Kai! Ist er nicht ein toller junger Mann? Yo, Andi, was geht? So, morgens, mittags, abends, ich will so ... Bereits für Malle, Junge! Vorbereitung für Malle ist das A und O. So ... ... ... 2. 6. 7. 10. 11. 13. 11. 21.